Ich reinige und kläre mich und meine Umgebung von den Resten meiner emotionalen und spirituellen Entwicklung. Ich ziehe nun wieder Leichtigkeit und Klarheit in mein Leben. Ich gebe meine Energie, meine Kraft und meine Ideen in die Wirklichkeit und fülle sie mit Leben. Ich bin voll neuer Ideen und ich setze sie erfolgreich um. Ich lebe in einer reichen Welt. Ich lebe in einer reichen Welt. Ich lebe in einer reichen Welt. Vielen Dank.